Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Viele von uns haben noch den berühmten Ausspruch im Ohr, die Renten sind sicher oder sicher. Das war der damalige Gesundheitsminister Norbert Blüm im Jahr 1986 und eine Kampagne namens Eines ist sicher, die Rente. Dass dem nicht so ist, wissen die Deutschen mittlerweile zwar, aber sie verlassen sich doch noch viel zu sehr darauf, dass im Rentenalter schon alles gut gehen wird und sich alles irgendwie lösen lässt, sagt Ralf Niehoff, Finanzwirt und Geschäftsführer der Solon Unternehmensgruppe. Herr Niehoff, waren denn die Renten jemals sicher? Sagen wir mal 1989, als die Rente erfunden wurde, da waren die Renten sicher. Und ich weiß nicht, ob Sie heute noch Dinge aus 1889 benutzen, also ich persönlich nicht. Und die letzte große Rentenreform, die gab es 1957, also die letzte Nennenswerte und seitdem hat sich nichts verändert. Und genau das ist das Problem, die Rente geht nicht mit der Zeit. Nun ist das ja so ähnlich wie mit dem Fachkräftemangel, kann man meinen. Also das wissen eigentlich auch schon alle, das lässt sich berechnen, Jahrzehnte vorher und wenn es soweit ist, dann sind doch alle überrascht. Wie kommt das, dass das jetzt mit der Rente auch so ähnlich ist? Ich denke nicht, dass die Verantwortlichen überrascht sind, weil wie kann man überrascht sein, wenn man die demografische Entwicklung unseres Landes verfolgt? Es ist nur kein sehr populäres Thema. Und was hier fehlt, ist die Aufklärung, die Frühaufklärung, die finanzielle Bildung, bereits in den Schulen. Die fehlt ja schon. Also man kann darüber nicht überrascht sein, weil man sieht ja, wie sich Geburten entwickeln. Und bereits in den 80ern war klar, als die Antibibepille so richtig populär wurden, dass Geburten kontrollierbar sind und die Frau wird emanzipierter. Die bekommt eben dann irgendwann keine drei bis vier Kinder mehr und dann kippt das System. Und das ist jetzt viel zu spät, das zu kippen, aber überrascht kann darüber niemand sein. Also eher ausgeblendet, weil unpopuläres Thema, dass das keiner anfassen wollte, so richtig. Ganz genau. Nun sagen Sie aber nicht, dann muss also mehr geregelt werden, bevor der Bürger alleingelassen wird, noch mehr Gesetze, noch mehr Regelungen, sondern eher das Gegenteil. Sie haben es schon gerade angesprochen, finanzielle Bildung auf europäischer Ebene wird sogar überreguliert, meinen Sie, oder? Absolut, absolut. Ich meine, wir gehen ja in eine Richtung, wo immer mehr reguliert wird, immer mehr durch Verbote. Und die Bürger zu erziehen, richtig wäre, die Bürger zur Eigenverantwortung zu erziehen, indem man sie frühzeitig aufklärt, was da auf sie zukommt. Indem man ihnen sagt, Leute, kommt in die Zuständigkeit. Weil das Problem mit der Altersvorsorge wäre in Deutschland überhaupt nicht da, wenn alle rechtzeitig sich kümmern würden. Aber das passiert ja nicht, weil das Thema nicht präsent genug ist bei den Leuten. Und wenn heute jemand zu uns kommt, der 40, 45 Jahre alt ist und sagt, so, jetzt muss ich mal anfangen, privat etwas für die Rente aufzubauen, dem kann ich nur sagen, sehen Sie die Lichter da hinten, die sind von dem Zug, der längst abgefahren ist. Das ist zu spät. Es gibt kaum etwas, was so unterschätzt wird in Deutschland wie der Zinseffekt. Und wenn ich sehr, sehr jung bin, dann brauche ich nur wenig finanzielle Mittel, um mir ein Vermögen fürs Alter aufzubauen. Aber da ist die Politik gefordert, hier mal Klartext zu reden und den Menschen reinen Wein einzuschenken. Und das muss man zu Recht anprangern dürfen. Also das wäre eigentlich schon von Ihnen aus in der Schule eine Zeit, damit alle zu verbinden. Ich habe eine Zeit in der Schule referiert, habe Kinder von der siebten bis zur zehnten Klasse betreut und sie einmal im Monat mit einem Vortrag motiviert, sich um ihr Leben zu kümmern, in die Zuständigkeit zu kommen. Und da war natürlich auch das Thema finanzielle Bildung mit enthalten. Und die haben keine Probleme heute, weil die wissen, wie es geht. Aber wer soll es ihnen beibringen? Für wie wichtig halten Sie denn noch die gesetzliche Rentenversicherung? Also so klassisch ist es ja in Deutschland zumindest, da hat man was und darauf kann man sich verlassen und naja, dann ist man abgesichert. Die Sozialversicherungssysteme sind aus meiner Sicht vor dem Aus. Das wird nicht mehr funktionieren. Die gesetzliche Rentenversicherung ist vielleicht ein Zubrot, okay. Das entbindet aber nicht von der Pflicht, selbst vorzusorgen. In den anderen Ländern ist das ja gar kein Thema. Ich meine, wenn Sie in Amerika nicht vorsorgen selber, dann schlafen Sie unter der Brücke. Da ist das eben so. Und hier sind wir Deutsche eben von Generation zu Generation so erzogen, der Staat kümmert sich um uns. Aber wenn die demografische Entwicklung des Landes sich verändert und ich meine, wir sehen ja gerade auch aktuell, was passiert. Kapital verlässt das Land. Es kommen viele ins Land, die natürlich auch versorgt werden wollen. Und wenn Sie heute die volle Rentenanwartschaft erreichen wollen, dann müssen Sie 45 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, wenn Sie rückwärts rechnen, dann müssen Sie spätestens mit 22 angefangen haben. Welcher Ankommender ist denn so früh da, dass er mit 22 bereits in Lohn und Brot steht und voll in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt? Das heißt, wir produzieren hier weitere Sozialfälle in der Zukunft. Es ist einfach zu kurzfristig gedacht zu sagen, naja, wenn wir Zuwanderer haben, dann zahlen die ja mit ein und das entlastet die Rente. Das ist ja kurzfristig geguckt, weil all die müssen ja auch später versorgt werden. Das heißt, das dicke Ende kommt erst noch. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, dort selbst vorzusorgen. Das basiert ja auch auf ganz alten, noch Lebensbildern, die so in der Form kaum existieren. Also Schule und fertig und die Frau kriegt mit Anfang 20 ihre zwei Kinder. Und der Mann arbeitet ab dann und bleibt ja auch, wenn die Firma nicht pleite geht, dort. Und so lange zahlt man dann ein. Aber das entspricht ja überhaupt nicht mehr dem, was passiert. Auch das Bildungsniveau ist ja ein anderes. Schauen Sie, wenn Sie Ihren Urruseltern gesagt hätten, ja, heute wird erst mal Abitur gemacht, dann wird noch mal studiert. Also manche sind ja 25 und zahlen noch nicht in die Rente ein. Und früher, achte Klasse, dann ging man ab und mit 16, 17 in die Ausbildung. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Das heißt, die Wenigeren, die einzahlen, zahlen auch noch immer später ein. Und die, die versorgt werden müssen, werden immer mehr und müssen immer länger versorgt werden. Aufgrund humaner Arbeitsbedingungen und aufgrund der medizinischen Versorgung, die wir heute haben, haben wir ja auch eine höhere Lebenserwartung. Das heißt, Renten müssen auch länger gezahlt werden. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, da muss man ja kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass das nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, also wann sollte jemand nicht nur anfangen, darüber nachzudenken, sondern tatsächlich auch Geld zur Seite zu legen oder anzulegen? Also wenn ein Auszubildender heute anfängt, zumindest 50 Euro im Monat anzulegen mit 20, dann hat der 47 Jahre Zeit. Und wenn er das vernünftig macht, und vernünftig sind nicht Zinsprodukte, aber da müssten wir jetzt ein anderes Thema noch anschneiden, sondern sachwertorientiert, also in die Wirtschaft, dann bin ich der Überzeugung, hat der seine Schäfchen im Trocknen in der Rente. Okay, das ist was, was die meisten im Moment nicht von sich sagen können. Vielen Dank, Ralf Niehoff. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.